Der ist flach anliegend. Der hat jetzt auch wieder die Pappen. Ja. Der ist ja wieder der, der Vorabschlag. Ja. Ja, das ist ja wieder der Vorabschlag. Ja, das ist ja wieder der Vorabschlag. Und den Mountain ist ja, den kannst du ja als Vorabschlag umbauen. Deswegen ist der auch so komisch gebaut. Da Mountain ist. Echt? Ja. Okay. Ja, das ist ja auch so. Da gibt es ein Vorabschlag. Für Stative und Kamera und so. Okay. Das kaufst du dann dazu. Und drum kannst du ihn auch so komisch aufmachen. Weißt du, der ist doch im unteren dritten. Ja, ja. Oder im oberen dritten. Ja, genau. Da kannst du ja so süß verzeihen. Ja, das funktioniert. Es läuft dann schon so, dass sie den Einten, wie das Landwicht zu erledigen. Dass du dann praktisch oben deine Sachen lerntest und unten die Hunde? Genau, dass du unten deine Sachen lerntest. Das ist natürlich nicht verkehrt. Wie ich da in der Anforderung sage, muss ich sagen, der von Laupro. Die haben so eine Slim-Tasche, die du relativ schnell zum Rucksack machen kannst. Aber du musst mit einer schließe und dann machst du es verplotten, dann kannst du das Ding vollziehen. Musik 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 Vielen Dank.